Heute machen Kasper und ich die schwerste Teamwork-Obby in ganz Roblox. Wenn ihr glaubt, dass wir alle neun Stufen schaffen können, dann schaut bis zum Ende und los geht's. Yo, Kasper, guck mal, wo wir sind. Teamwork, heiß ist heute. Und ich bin blau und ich aktiviere dir jetzt. Ne, warte mal, Wasser darfst du nicht haben. Nein, ich darf kein Wasser haben. Wir müssen irgendwie, doch, du musst rüber schwimmen. Schnell, schwimmen rüber. Geht das? Ja, okay, aktivier mir, aktivier mir. Oh mein Gott, wir müssen uns immer helfen hier. Okay, warte mal, ich bin jetzt braun hier drauf und jetzt? Oh mein Gott, schnell, nur nach oben, nach oben. Nein, schaffst du nicht mehr, oder? Wir haben es auch geschafft. Bisher kam blau nur ein einziges Mal, Bro, voll blöd, dass ich nicht braun genommen habe. Jetzt ist zweimal braun. Oh Gott. Okay, nächste. Warte. Oh Gott, ich hab die beiden runtergeschubst. Die Arme, Alter. Okay, hier oben ist blau. Ich hol dich, ich kann dich holen jetzt, glaube ich. Okay, wie soll das gehen? Okay, warte, und jetzt? Äh, mit Wasser? Ja? Ja. Los, komm, schwimmen hin. Oh mein Gott. Nein, ich kann hier nicht hochschwimmen. Geht das? Oh. Wow. Ich bin hochgesprungen. Stark, stark. Okay, warte, hier ist braun. Jetzt, rüber, rüber, rüber. Oh Gott. Okay, alles gut, geht drauf, durch die Wand durch. Und damit Level Nummer eins. Easy. Easy. Easy, okay. Eins gehalten. Geil, okay. Das war aber gerade erst nur eine Stufe von neun. Oh mein Gott, das wird doch so krass schwer werden. Okay, jetzt haben wir Farben. Ich nehm mal blau und du nimmst rot. Ich nehm rot. Okay, aktivier mal Spikes im Wasser, ne? Oh mein Gott. Oh ja, ich seh die Spikes. Ich aktivier für dich, hier, jetzt müsstest du gehen können eigentlich. Ja, die Spikes sind weg, ne? Ja, ja, ich bin entspannt gehen. Und hier ist rot. Ja. Oh, nächsten rot vielleicht. Ne, warte, noch mal rot, noch mal rot. Jetzt. Jetzt. Jawollo. Okay, und jetzt komm hoch hier. Warte. Warte. Jetzt. Und rauf da. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Easy. Und hier die Spikes sind weg. Au, was soll das? Okay. Und hier ist durch. Und Ausgang. Alter, easy. Alter, bro, wie spiel heute gut im Team, ey. Easy, ich weiß. Easy, alter. Okay, Stufe 3. Auch kein Problem. Nimm ich mal orange. Okay, blau. So, und nur die Orangen kommen in den harten Garten, weißt du? Nur die blauen sind die Schlauen. Nee. Nee, nur die blauen sind die Schlauen. Okay. Warte mal, ich geh mal auf blau. Hat das schon irgendwas für dich gemacht jetzt? Warte. Warte, ich guck mal, ich geh jetzt mal auf orange. Schnell. Und jetzt? Zurück in die Mitte. Wieso? Oh mein Gott. Das ist ein Timer jetzt aktiviert worden. Oh, oh. Oh, behal dich. Schnell bist du rüber. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Alles gut. Haben genug Zeit. Okay. Ja, okay. Pass auf, jetzt geh du auf orange. Geh du auf orange. Jetzt hast du mir die Spikes weggemacht. Und jetzt kann ich nämlich auf blau gehen. So, und jetzt mach ich dir da drüben das weg. Und jetzt musst du auf Lieder gleich. Aber du musst, wenn du zurückkommst. Pass auf. Du musst, wenn du zurückkommst, direkt. Hier auf Lieder, ja? Du musst direkt auf orange wieder gehen. So, und jetzt schau. Auf orange, auf orange. Okay. Oh, und los. Da reicht es. Let's go. Oh mein Gott. Nein. Was? Du hast mich reingeschubst. Alter, ich habe es auch geschafft. Gott sei Dank. Ich habe dich nicht reingeschubst. Du hast mich reingeschubst. Ich habe dich nicht reingeschubst. Nein, habe ich mich. Teamwork. Nein, unkorrekt. Geh rauf in den Schacht. Und spring. Ich spring doch schon. Kommt keine Luft raus? Hä? Nein. Ah. Oh mein Gott. Okay, kannst du deine Leiter aktivieren wahrscheinlich, ne? Nochmal. Ah. Geh nochmal rauf. Okay. Ah. Was machst du denn? Hast du geklappt, oder was? Nein, weil du einmal runtergegangen bist. So, jetzt. Noch einmal. Nee, warte, jetzt. Oh. Wee. Das kommt voll die Leiter bei dir, glaube ich, an oder so. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Hier. Okay. So. Hey. Mach sofort die Leiter dahin, nachdem ich dir so geholfen habe. So, ja. Tut mir leid. Oh, geht auf einmal runter. Was soll das? War was oben, Bro? Bitte. Lass das mal jetzt da. Und da bin ich. Ah. Oh mein Gott, Digga. Du wolltest es auch wissen, Alter. Okay. Nee, du wolltest es wissen. Okay, hier. Hä? Nein. Das Grau. Den aktiviere ich dir nicht. Ah, nee. Den musst du ja aktivieren. Jetzt aktiviere ich dir den nicht. Ja, komm. Mach schon. Stop. Okay, hier ist Pink. Ja, und jetzt? Warte mal, dann Pink. Hä? Da unten runter oder so. Warte mal, das ist ein Timer gerade gewesen. Wo ist ein Timer? Hä? Du musst doch irgendwie einmal zurück oder so. Hier ist nochmal Pink. Am Spawn. Wie am Spawn? Ja, Mann. Da geht so ein Timer runter. Wo denn? Unter dir ist weiß. Guck mal runter. Ich geh jetzt drauf. Okay, jetzt. Jetzt geht so ein Timer runter. Da musst du jetzt irgendwas... Du musst irgendwas machen. Hier ist aber weiß unter mir. Hier ist ein weißer Knopf unter mir. Hä? Okay, dann musst du auf den pinken Knopf gehen oder so. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Warte mal. Müssen wir das vielleicht hinschieben? Diesen Block, den großen. Nee, du musst hier auf das Weiße gehen. Hier ist auch... Wenn du hier runter gehst. Okay, okay, warte. Das ist ein weißer Knopf. Zack, gemacht. Und jetzt? Oh mein Gott, du hast den Block auf das Lidane geschoben. Ja, Bro, toll. Ach so. Nee, ist doch richtig, oder? Ja. Oh mein Gott, jetzt gehen wir wieder unten raus. Nee, jetzt gerade nicht mehr. Nee, jetzt gerade nicht mehr. Du musst ihn wieder zurückschieben und ich bin schon runtergesprungen. Oh nein. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Natürlich ist das schlimm. Du musst dir nochmal hier die Leiter nach oben geben, sonst schaffst du das glaube ich nicht. Also echt. Komm runter hier, du musst hier runter. Ja. Und dann müssen wir gleich direkt rein. Ready? 3, 2, 1, go. Hä, ich hab draufgedrückt. Was machst du denn? Bro, ich hatte draufgedrückt. Ey, du bist eigentlich richtig schlecht. Bro, ich hab draufgedrückt, ich schwör's dir. So, okay, ready? Ja, bleib länger draufstehen. Bleib länger draufstehen. Jetzt, okay. Oh mein Gott. Nein, schau, was kaufen. Was? Bro, 0,1 Sekunde hatte ich noch. Da kann man so ein Pop-Up, Digga, wie kaufte. Stufe 5. So, nach oben. Zack. Grün. Hä? Achso, warte, locker hier oben, oder? Ja, hier ist braun. Zack. Hier ist ein Block. Den kann ich runterschieben auf grün. Alter, hier ist reich. Ich schiebe ihn zu dir runter, schiebe ihn zu dir runter. Hier ist eine Kugel. Oh. Die kann ich runterschieben auf... Auf was denn das? Auf lila. Oh, zu früh. Ah, nee, warte, das ist richtig, das ist richtig. Und das auf grün. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh Gott. Easy. Rider. Rider, geh rüber da. Du bist weiß, ja, du musst rüber. So. Ich bin weiß, ja. Jetzt musst du draufdrücken, dann kann ich... Kann ich... Worüber? Hä? Hä? Nein. Was ist denn? Warte mal, geh auf den blauen Block unten. Geh auf den blauen Block unten. Ja. Ich bin doch aber gar nicht blau. Wir müssen eine Kugel holen. Dann aktivierst du aber das Blaue da drüben. Ich bin nur ein Schneeball, kannst du aktivieren. Geh lila, geh lila, pass auf. Ich mach das, glaube ich. Ich mach das dann. Ah. Oh mein Gott, okay, dann müssen wir rüberschieben. Ah. Mach ruhig. Lass los jetzt. Lass los. Wieso nach... Ach so, so. Lass doch los. Ah. Okay. Und jetzt? Nee, ich muss rüber. Du musst rauf gehen, ja. Weil ich hab brauchen hier... Digga, das ist so unkorrekt, Alter. Ich wusste nicht, dass du auf einmal losspringst. Okay, jetzt mach doch. Ja, ja, ja. Okay, okay. Oh mein Gott. Machst du einen Block, oder was? Den müssen wir jetzt, den müssen wir vielleicht zurückbringen, oder so, oder? Ja, ja. Ich glaub, den musst du... Hä, oder? Nee, den drüben musst du... Ja, den musst du auf Lila. Schieb den auf Dingens. Schieb den auf Lila. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und jetzt können wir nämlich hier rüber gehen. Und dann können wir uns hochpusten, ja, bei der Wand, ja? Und jetzt, warte, warte, ah, jetzt hast du das natürlich... Doch, ist richtig, du kannst dich hochpusten jetzt. So, anders geht's nicht. Ich hab ja nur einen Block bekommen. Nein, Bro, der Block war, um darauf zu klettern. Spring. Der Block war, um darauf zu klettern, Bro. So, okay, jetzt kommst du her. Ja. Und jetzt muss ich den... Wie, das ist, die Frage ist wirklich, wie du später wieder rüberkommst. Das ist auch die Frage, ich mich auch. Bro! Was machst du? Das auch weg. So, jetzt hol ich Bro. Zack, und jetzt muss ich irgendwas mit dem Würfel machen. Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es auch. Nein, was machst du denn? Natürlich, natürlich. Jetzt muss ich runterspringen. Was machst du denn? So, jetzt pass auf, du checkst ja gar nichts, Digga. Jetzt muss ich rüber, und du musst dann... Natürlich, und jetzt musst du auf den Würfel springen, und dann auf Eis gehen. Ja? Noch nicht. Okay, dann viel Erfolg jetzt, wenn wir rüberkommen, Kaspar. Wieso? Wie hättest du es denn gedacht? Ja, komm mal rüber. Ja. Merkst du selber, ne? So, pass auf. Wie macht man das denn dann? Ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, dann sag. Du holst jetzt, pass auf, du holst jetzt den braunen Block. Ja, den braunen. Ja. Und schiebe ihn auf lila wahrscheinlich. Schiebe ihn auf lila. Zack. So, wir gehen rauf, und jetzt komm mit. Und jetzt gehst du nochmal auf braun. Oh mein Gott, Digga, das stimmt. Unglaublich. Oh mein Gott, Digga, wie ist das denn so lang gebraucht? Weil du einfach nicht nachgedacht hast. Ich gehe jetzt auf weiß. Ja, Bro. Hä? 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 Es war doch irgendwie, ah lol. Hä, oder? Einfach ein Schneeball. Okay, ich nehme das weiß. Hier ist ein Portal für dich. Hier, Rainer. Wo bist du? Wo bist du rausgekommen? Hier. Ja, wie soll ich jetzt rüber? Geh, warte. Ja, Bro, du musst irgendwie pink drücken oder so. Oder weiß oder sowas. Ja, ich drück weiß. Ah, ja, warte mal. Nee, bring doch nicht so ein Portal, geh dann. Ey, Mann, du hast jetzt schon... Was hast du gemacht? Hast du gemacht? Jetzt ist hier die Brücke auf. Bleib da, bleib da, wo du grad bist. Bro, was machst du denn? Ja, die Brücke ist noch gar nicht offen. Warte doch. Die eine ist noch nicht offen. Nächste Brücke jetzt, komm. Ja, kann ich ja. Ich kann jetzt da gar nicht mehr hochgehen. Du hast mich runterdebottiert. Hä, aber nicht bewusst. Pass auf, pass auf. Ich weiß, wie es geht. Ich muss einfach runterspringen. Ich sehe dich auch gar nicht. Da bist du. So, ich nehme nochmal weiß. So. Ich mache hier ein Portal auf. Ja, ja, zack. Jetzt kannst du. Ja. Pass auf jetzt. Weilung hier. Weilung. Jetzt los, lauf. Lauf, go. Lauf so schnell, du kannst. Okay, hopp, 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 hopp. Okay, und jetzt? Ich glaube, du hättest auch laufen müssen. Ich glaube, du hättest auch laufen müssen. Ich hätt dich zurück teleportieren lassen müssen, oder? Du im Portal. Okay, ich kann hier auf jeden Fall weiterlaufen. Warte mal, ich kann hier weiterlaufen. Drücken wir mal hier auf den pinken drauf. So. Nein. Nee, das ist ein neues Portal. Okay, warte mal. Das heißt, das ist dann schon der nächste Abschnitt. Ja, du hättest zurück. Das ist noch anderer pinker Knopf, oder nicht? Nee, der bringt nichts. Das ist im Boden. Und der ist broke. Das ist ein schwarzer Knopf eigentlich. Pass auf. Ich teleportiere dich hin. Dann musst du zweimal den Knopf treffen. Aber ich teleportiere random. Ja, okay. Okay, pass auf jetzt. Teleportiere ich. Ready? Und los. Nochmal. Nochmal. Na, guck mal, die Portale. Ah, es müssen die richtigen. Jetzt. Jetzt, pass auf. Und jetzt. Geh durch. Los. Lauf. Lauf. Jawohl. Endlich, Digga. Okay, und jetzt? So, jetzt musst du auf das Portal da, wo du jetzt gerade bist, gehen. Warte. Wo du jetzt gerade stehst. So, ich kann nämlich jetzt hier vorne auf den Dings gehen. So, und durch. Okay. Anderes vielleicht? Nee, das andere, das andere, das andere. Ja, das ist schon ready. Okay, warte. Geh mal durch da. So, ja. So. Ja, sehr gut. Ohne Probleme. Und jetzt durch. Okay. Und jetzt hier. Ja. So, jetzt musst du am weißen Knopf sehen. Und jetzt kann ich vielleicht durch das Portal hier vorne. Nein, geh weiter. Da hat sich den Knopf. Hier, den Knopf. Welcher Knopf? Oh ja, stimmt. Was ist denn da? Sehr gut. Okay, so. Okay, hab ich drauf gedrückt. Und jetzt? Hier durch. Hallo, nimm ich doch mit. Ja, Bro, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dich denn mitnehmen? Du bist voll unkorrekt. Geh schnell. Geh schnell, du hast hier einen Knopf. Geh doch nicht. Ich bin doch hier oben gefangen. Du musst mich doch erst zurückholen. Noch nicht rauf gehen, noch nicht rauf gehen, noch nicht rauf gehen. Ja, ich warte noch. Komm rüber hier. Und jetzt rauf gehen. Jetzt. Sehr gut. Okay. Sehr, sehr wichtig. Reise gehalten. Stufe sieben. Stufe Nummer sieben. Oh Gott, oh Gott. Zwei, drei, 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 drei. Ich nehm gelb. Ich bin auch schwarz. Aua. So, dann zeig mal, was du als gelber drauf hast. Hä? Was machst du denn? Oh mein Gott, da siehst du die richtigen... Oh, du bist doch nicht rum, immer. Du siehst halt die richtigen Blöcke. Was machst du denn, ey? So. Sehr gut, jetzt schwarz. Sehr gut, ja. Danke. Oh mein Gott. Au. Also echt. Also echt. So, jetzt. Also echt. Au. Sag mal. Hallo. Konzentriert. Ich weiß nicht, was hier los ist gerade. Ich muss... Bro, was ist hier los? Was machst du da? Was machst du denn da? Das ist wirklich Millimeter für Millimeter, Digga. Wie schlecht bist du denn? Bro, das ist so Hardcore. Stehe auf dem Handy, ist vielleicht leicht. Jetzt stehe ich hier unten, Digga. Was machst du denn da? So, jetzt. Pass auf. Okay, ich hab's. Okay, so. Gelb. Okay. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Ey. Okay, und jetzt kann ich hier oben. Hä, das war's? Wie easy war denn das? Naja, finde ich war's ja nicht so easy. Stufe 8 hier vorne. So, vier wins bekommen wir dafür. Stufe 8, legen rein. Okay, weiter. Ich mach mal grau hier. So, oh mein Gott, jetzt müssen wir wirklich Teamwork. Oh mein Gott, Digga. Küchenbraun. Oha. Los. Heilung. Ready. Stell noch mal rauf. Na. Ready. Rauf. Los. Oh mein Gott. Nein, ich wurde erwischt. Rauf. Ey. Bro, ich geh nicht mehr. Ich wurde erwischt. Du musst zurück. Okay. Wir können ein bisschen mehr chillen, weil die kommen noch late rein oder so. Und. Schnell. Easy, easy. Ey. Hä? Habe ich runtergedrückt. Sorry, sorry, sorry. Oh mein Gott. Okay, aufpassen. Und los. Mann, warum gehst du denn auf Braun? Was ist jetzt so? Also komm. Schnell. Wir sind nicht mehr gedeckt von der einen Seite, Digga. Okay, jetzt. Bro. Also echt. Also echt. So. Okay, 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 okay. So. Okay. Okay, 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 okay. So. Okay, 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 okay. Bro, du bist so unkorrekt. Ich habe doch nichts gemacht. Natürlich, du hättest genau reingeschubst, Digga. Das ist super feil. Aber jetzt lauf einfach. Lauf. Wahrscheinlich lauf einfach, oder? Wahrscheinlich lauf ich jetzt das einfach. Ich schaff's auch. Weiter. Grau, grau. Oh mein Gott, los. Oh, ich kaputt. Geh doch raus. Geh doch raus. Geh doch raus. Geh doch raus. Warte, wie du die ganze Zeit runtergegangen bist, Junge. Schnell. Okay. Schnell, Beeilung, sieben Sekunden. Oh mein Gott. Große Finale hier. Grün. Okay. Und los. Oh Gott. Oh Gott. Geh zu, ne? Geh zu. Ah. Nein. Nein. Go. Oh Gott. Oh, ja. Okay, hier kannst du drücken, hier kannst du drücken. So, jetzt schnell den zweiten. Okay. Da. Und jetzt? Oh mein Gott, da muss ich jetzt. Hä? Nee, ach, du musst den anderen grünen. Ah. Den anderen grünen, schnell. Ja. Wenn ich da bin, wenn ich da bin. Ach, Mann. So. Okay. Nee, noch mal. Okay. Weiter, weiter. Hä? Wo ist da oben, Bro? Nicht da unten. Okay. So. Und jetzt hier letzter. Okay. 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 Ach, Bro. Das ist nicht dein R. Da kommt man nicht rüber, Digga. Das ist nicht dein Ernst. Ja, noch höher, noch höher. Da kommt man fast nicht rüber. Okay. Ja, jetzt habe ich es. Okay, ready? Was wird das? Was wird das? Noll ich, noll ich, noll ich, noll ich, noll ich. Ja, okay, okay. So. Und jetzt. Aktivier, geh drauf. Und ich aktiviere. Los. Okay, warte. Das ist locker, damit ich zurück kann, Digga. Schnell, du musst auf die Grünen drüben bei dir da drüben. Schnell. Ich muss da auch noch rüber. Ich muss da auch noch rüber. Digga, du verständest meine ganze Zeit. Geh schnell rauf. Geh drauf. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Ey, Bro, was machst du denn auch? Geh schnell rauf. Was denn? Auf, runterspringen meine ich. Drauf gehen. Bro, ich habe da hier einen Checkpoint bekommen. Geh drauf. Okay, hier. Ja. Hier ist easy. Easy peasy. Bist du drauf gegangen? Hier ist easy peasy. Wie kann man nur so schlecht sein? Hä? Hä? Bist du schlecht? Bro, du hast nur 6 Sekunden nur noch. Bro, sieh zu. Ja, warte. Ah! Was machst du denn? Bro, du springst viel zu spät ab. Alter. Das ist schwarz-weiß. Wer hat sich da die schwarz-weiße gekauft? Ich Idiot. Bist du einfach nur überschlecht? Hä? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich komme gleich zurück und mache es einfach normal auf entspannt. Alter, ich spring doch schon. So, zack. Pass auf, geht drauf. Ja, jetzt schaffst du es nie wieder, Digga. So, und jetzt guck. Und jetzt hier direkt rüber. Direkt rüber. Hä? Und direkt rüber. Bro, das ist das Einfachste, was ich jemals gemacht habe. Also, Digga, du bist einfach nur ein Rettner, Digga. Ja, gar nicht. Juhuuu, entkommen. Alles schwarz-weiß, hierherz. Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der März noch nicht habt, lasst gerne ein Like und Abo da. Checkt euch das Video aus, aber gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.